Liebe Freunde, am dritten Sonntag im Juli fällen Redemptoristen das Erlöserfest, also unseren Namenstag. Wenn Sie einen Redemptoristen treffen sollten, können Sie gern gratulieren. Erlösung, ein Wort, das wir heute kaum noch kennen, aber was kann es heute heißen? Ich glaube, die Stelle aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus in seiner Heimatstadt kommt und aus dem Propheten Jesaja vorliest. Der Herr hat mich gesandt, dass ich den Armen die frohe Botschaft verkünde. Ja, die gilt auch heute noch. Menschen Gutes sagen, das Gute verkünden, Menschen aufmuntern, sie wieder bestärken, dass sie sich wieder ins Leben zurücktrauen oder sich überhaupt etwas zutrauen. Das wünsche ich euch allen und so feiern wir doch gemeinsam ein schönes Erlöserfest.